Das ist super, dass ich viel Leid zu haben. Ich war gerade ein Konzept von den Singing Ladies von Monarch. Super gut. Und ja, wir wollen einen kleinen Tischen reinnehmen, Glühwein trinken, an den Kuhstall. Ja, da kriegt man immer noch ein Lauf. Jetzt ist die Stimmung, mitten am Dürf. Man hat Leute Pachtmeister, das geht auch in den Räumen. Die Stimmung war extrem gut. Wir hatten ganz viele Leute. Auch ein paar Ports im Läschstuhl. Also auch noch mehr Leute. Ich fand ihn ganz cool. Und heute gibt es ganz cool Sachen. Und heute gibt es auch eine cool Bühne, wo er noch sangen kann. Ich denke, das ist so großartig. Und wirklich bringt die Atmosphäre für Weihnachten. Das ist so großartig. Und ich liebe es, seit sechs Jahren. Und ich liebe es, seit zehn Jahren. Und ich liebe es. Und ich liebe es. Und ich liebe es. Und ich liebe es.